Elektroschaltschränke sind die Achillesferse von modernen Disaster-Recovery-Management-Systemen. Wenn ich bestimmte Prüfungen durchführe, lasse es Thermografie- oder VDE-Prüfungen sein, habe ich immer nur einen gewissen Ist-Zustand zum derzeitigen Zeitpunkt. Aber was passiert zwischen den einzelnen Prüfintervallen? Das weiß man nicht. Unsere automatische Mini-Feuerlösch-Einheit Amphe schützt klar definierte Bereiche. Die bestimmungsgemäße Verwendung sind geschlossene Objekte wie Schaltschränke, Surferschränke, Verteilerschränke, Wandschränke für Maschinen und Anlagen. Und der Schutz ist ab dem ersten Einbau vorhanden und von daher gibt es keinen Weg an der Amphe vorbei. Das kommt von Herzen.